Da ist er ja! Ups, da ist er ja! Da ist er ja! Ich habe mich jetzt nicht ausgekannt, weil du schon noch fertig gedrückt hast. Ist er da? Ist er nicht da? Sooo... Dortmund gewandert er sich gegen Sociedad 2 zu 1, Monaco unterlag Porto 3 zu 2. Okay. Na gut, los geht's. Ah, schade. Oh, jetzt ehrlich, ich dachte, der Gohli hat ihn. Reust du, Lico, Treffer? Goal für Berusha Dortmund, Nummer 11, Marco Loris. Awesome. Oh! Oh! Washing. Oh! Na, Dortmund will ich euch heute nicht drauf geben. Oh, schön. Oh! Vielleicht eine Spur zu lang gezögert? Oh! 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 Heu, da will ein Kloster noch Vorteil machen. Jangan melhor⋯ Geh bitte, Alter! Was ist mit du? Was? Kein Pfiff? Oh, der hat sich verletzt. Ja, da haben wir eh gedacht, schon wie er geflogen ist. Das war ein leichter Zahnflug, wie man so kommt mitflogen. Oh, der hat sich jetzt nicht zu euch spielen lassen. Nein, ich hatte sich gerade selber auch nicht spielen. Jetzt ist es soweit. Ja, Bacardi muss leider gehen. Du hast in letzter Zeit gute Leistungen abgerufen, deswegen... ...darfst du ran! Wolf wird kommen! Oh, der kommt nicht zum Kopf vorher. Oh, der ist gut. Oh, shit! Woah! Oh! 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 Jesse! Hau! Und das hat mir gezeigt, dass es ein Minimum von drei Minuten von Anitania wird. Oh! Oh, schön. Oh, das war echt schön. Okay. Ja, dazu muss man sagen, dass, glaube ich, Dortmund doch eher die spielbestimmendere Mannschaft ist. Oder wie siehst du das? Ja, sehe ich genauso. Ja, man tut sich ein bisschen schwer mit Akzente setzen. Na, bleibt mal dazu. Hat er eh schon einmal gewechselt. Leider. Ah, Dortmund, weil das erste Team das sechs Punkte mal holt. Könnten Sie hier gewinnen? Ja. 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 Ja, für das Weiterkommen hat es bei den Deutschen bislang immer noch gereicht. Ja. 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 Ja, ja. Ah. So, Doppelwechsel. Philipp darf ran. So wie Janos. Nein. So, einen Wechsel hat es auch beim Monaco gegeben. Oh. Oh. kommt man zum Glück schön holz erstes Tor hei 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 oh Ja, da geht's weiter. Ja, man findet hier irgendwie kein Mittel gegen diesen starken Wind. Ja, wie normal, der Reus sehr viele Anteile hier hat. Schon zwei Assists, fünf Tore im gesamten bei Dortmund. Ja, deutlicher Siebnis für Dortmund und heftige Klatsche für Monaco. Ja, deutlicher Siebnis für Monaco. Oh ja, die bringen gar nichts zusammen. La Revoche. Oh. 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 Nein. Boah. Unvoll. Mit seinem Dritten. Oh. profesional, und prentische. Bei Monaco. Will man in der nächsten Champions League mit spielen? Freude! Ja, 5 zu 0, deutlich, wie ihr seht hier! Heftig, heftig! Ja, aber das zeigt doch, wie gut der BVB in dieser Saison gestartet ist. Was sag ich dazu noch?